ha ha wunder ich bin zu bahn die p150 am leitung liegen und zwar zur batterie rüber. Und ja, ich muss jetzt leider das abreißen einmal. Und da Treppen herbauen, weil es anders nicht geht. Deswegen werden wir da jetzt mal den. Und den. Und dann werden wir da unten mal. Oder wir werden jetzt erst mal das und das priorisieren und dann das. Ja, genau. So, dann bauen wir da. Da hat sich gar keiner eingespielt, oder was? Das ist ja was Neues. Müssen wir da anders dann gehen. Genau. Da können wir so machen. So wie es gerade noch sehe. Da können wir so machen. Perfekt. Da können wir da schon mal so herlegen. Genau. Da haben wir ja schon mal gelegt. Das haben wir immer noch nicht fertig. So, das wird jetzt langsam einmal fertig werden da. Das Ganze zeigt, da ist die Linie da oben. Da stehen wir mal wieder ein bisschen unter Wasser. Das habe ich jetzt geändert, weil ich da einfach nicht weiter rübergekommen bin. Und man sieht, habe ich da ja auch diese Platz von weiter obergelegt, weil ich dachte so, ja, dann kann es vielleicht gehen, aber nein, pfiff kann es. Da habe ich eine Treppe her, aber alles kann es in der geben. Dann habe ich einfach gesagt, ja und dann passt es jetzt einfach an den Bezirk an. Ist völlig egal jetzt gerade. Da muss ich jetzt pausieren. Weil sonst haben wir da ein anderes Problem gleich. Ja und jetzt sind wir so weit, dass uns Wasser 2 wird wieder. Das ist so ganz ein kleines Problem. Da habe ich nochmal die Prioritäten angepasst, weil die einfach wieder da weiter da haben. Die Monat gefühlt sowieso was ming. Aber jetzt soll ich jetzt passen. Erstmal können wir wieder auf Speed gehen und schauen, wo wir jetzt durchgucken müssen. Sie, kriegen sie überhaupt, äh, kriegen sie überhaupt planken. Ich kriegen gar keine. Das ist schon mal der Grund, warum die da gar nicht bauen können. Deswegen gehen wir jetzt da her und schicken wir eine Planks. Brauchen die nur irgendwas. Planks. Getriebe, da hätten sie eigentlich auch gebraucht. Ich weiß nicht, ob 100 jetzt gelangen. Das ist ja auch so eine Sache dann. Ah stimmt, das Bücherding habe ich nicht wieder angelegt. Dann mache ich da mal mal da Getriebe rein. Weil das brauche ich natürlich. Wir arbeiten da auch die Kuh. Cool, 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 cool. Hm. Hm. So. Da haben wir durch. Können wir da jetzt die anderen Ecken legen. Da haben wir auch schon. Ja, da haben wir wieder gut. Da können wir da mal Sumo her. Und was so. Da können wir da um her. Da haben wir Ato her. Da können wir da Sumo her. Diesen Weg bauen wir jetzt auch mal wieder um. Äh, heut. Dann braucht man noch. Dann. Dann. Überlegt gerade. Kann ich da eine Treppe auch drüber bauen? Nicht, gell. Das ist blöd. Dann komme ich ja gar nicht mehr da um. Dann komme ich ja gar nicht mehr da um. Dann komme ich ja gar nicht mehr da um. Dann machen wir da. So. Ausnahmsweise andersrum. Dass der Weg nicht komplett zerstört. Weil da können wir ja auch her, wenn es ist. Genau. so. Wie schaut's jetzt so aus? Auf jeden Fall holt. Was? Na, Blankenfeld. Blanken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall wahrscheinlich Getriebe herunten. Auf jeden Fall Blanken immer noch. So. 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 Okay. Ich werde einfach mal damit anschalten, weil wie gesagt langsam kriegen wir auch wieder das Holz zusammen, wir haben jetzt schon bei 200 Breedl oder Scheite oder ich würde sagen, da braucht man halt relativ viel Zeit, ne. Das ist halt so, ne, so ein Stopper noch für das Ganze. Ich möchte nur fertig werden mit dem Batterie Ding. Ich möchte nur mit dem Batterie Ding fertig werden. Hmm? Äh, 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 äh. Was ja war, wie er die mitkriegt. Schön! Schön, schön, schön. 4,2 interessant wenn alles durchgeht durch ein paar Dinge aber 4,2 sehr interessant sehr sehr interessant ist das man kann sicher witzige Sachen bauen, Energie ballern wenn du das schon siehst haben wir 300 und ich habe da nicht mal ein Messgerät gebaut ich weiß gar nicht wie viel da durchgeht du kannst schauen auf die Siege könnte man schon sagen lol da haben wir 31 gesehen wie das dass ich eigentlich mal alles bauen wollte das ist schon ein bisschen belastend ich hätte immer noch gerne alles einmal bauen so ist es so zähflüssig das ist ein bisschen das ist ein bisschen das ist ein bisschen der Energie Energie Batterie hause naja ja es ist schon wieder türe und wir haben jetzt bei zyklus 72 schon es ist schon krass wie sie das die ganze zeit so einfach weiter schiebt und weiter schiebt weiter schiebt weiter schiebt und weiter schiebt und weiter da kann man schon fast wieder ausbauen so wie schaut es da aus das ist die geschwindigkeit oder haben wir vielleicht da unten jetzt aber so wenig aber immer noch 48 jetzt überlegt 23 32 ok es geht schon auf die geschwindigkeit so hin es geht schon hin auf die vier viermal nein ja jetzt ist schon hier hat man an die 300 pro radl aber das ist schon vollgasdruck nehmen in der tube mehr oder weniger da hast du ein kubikmeter pro pro rail mehr oder weniger da haben wir ja das aufgesplittert haben auf vier da haben wir das ja aufgesplittert haben wie man da sekt Leute sind wir schon wieder fertig da haben das habe ich gerade nicht zuerst gesehen müssen wir schon wieder weiter machen es ist schon blege wie man da wenn man irgendwann so viel zeit hat wird schon leicht lege ich weiß nicht genau ob es an irgendwas detailmäßigen liegt oder ob es einfach an dem liegt das so fein ist aber sagt mir immer 700 bieber oder 750 mit die ganzen klartiere ist schon krass sagt da fällt jetzt noch ein getriebe lang haben wir da könnten wir prinzipiell das ganze ding da jetzt mal schnell fertig bauen hätten sie nicht so lange bei der hat auch für alles mal schauen ob die da unten das eigentlich fertig gemacht jo da haben wir soweit eigentlich fertig da haben wir fertig da haben wir fertig dann baut sie mal dies dies haben wir da haben wir soweit durch das ist ja richtig top schau her Wenn wir fast durch. Oh, 30.000 FPS. Äh, FPS. Warum nicht mehr FPS sagen? 30.000 PS. Das brauchen wir jetzt dann nicht mehr. Hm. Kommt da eh eigentlich hin? Ja, der wird eigentlich hin kommen. Da haben wir auch durch. Da haben wir durch. Da haben wir durch. Das haben wir. Das haben wir. Okay. Jetzt mal das bitte nicht ganz so wohl. Das war mir wichtiger, das da hinten. Das war ein Urteil, was wir bauen müssen. Und die 30. So. Dann schauen wir auch viel wieder. Dann müsste man soweit jetzt ja fertig sein mit dem. Kann da gerne mal weiter tun. So. Da war ich noch 10 Getriebe. Nein, eh nicht. Ach, die 5, 4, 4, 3, 2. Jetzt müssen wir so weiter durch sein. Ach, die Traumschule, ich zeige mich da hin. Fertig. Fertig. Nehmen wir da wieder Batterie. Hallo. Ja, wenn ich das da wieder so lange fahre ich bloß mache. Ich möchte das heute eigentlich da mal abschließen mit der Batterie. Dass ich mich jetzt wirklich mental dann auch auf etwas anderes vorbereiten kann. Ich möchte da auch das Ding herballern können. Weil ich sage so, da, du, die sind mir her. Ich lasse mir einmal die ganze Zeit durchlaufen. Und unten. Ich ballert mir so viele Dinge. Wir haben jetzt das Dreifache an Batterie nochmal. Dann werden wir einmal das so wegspringen. Bam. So. Jetzt 31.000. Vor allem, stell ich mal vor, wir haben jetzt noch einmal. So ein halben, oder so ein Drittel Ding nochmal. Oder zwei Drittel davon nochmal. Wenn man dies da weg da hat, war auch nicht die Tragik. Hm. Das einzige Problem ist, dass wir da nicht so weit aufstauen können, weil wir da auf der untersten Ebene jetzt schon sind. Ich weiß halt auch nicht, wie viel Ding braucht man, dass man wirklich alles wegstauen kann. Ist halt sowas. Schau dir das an. Oh, das ist doch ein Loch. Kann uns plötzlich im Pell ja egal sein. Haben wir das da jetzt? Jo, wir haben das. Perfekt. Gut. Das können wir auch weg tun. Ja. Können wir das grün machen. Dann haben wir da verbunden bis hinterher. Und dann müssen wir bloß schauen, dass wir da fertig werden. So, das können wir machen. Da kommt Energie um. Weißt du, was damit ist? Und dann kommt da Ecken her. Genau. Auf 1.0.10 Getriebe. 1.0.10 Getriebe. 1.0.10 Getriebe. 1.0.10 Getriebe. Das fertig oder? Jo. hause kurven oder ich besser gesagt ich fehlt noch einiges 200 haben wir 200 planken 190 holz wir haben jetzt glaube ich in so einem richtigen dann alle gewachsen jetzt wir haben jetzt so richtig gut geraden point troffen mit dem holz da kannst du einfach mal schnell 1000 holz haben einfach mal so zack 1000 holz wenn du die ganzen planken machen lässt zack 2000 planken ohne dass du es kennst schauts da aus wahrscheinlich wenn alles was gebaut wird ist instant dann durch er als der cast angessen sorge da aber ich müsste mir da vorne ziehen ich müsste mir da bleiben sonst kriegen wir nicht mit was da so los ist schauts da aus 14 da fallen noch 4,5,2,1 wahrscheinlich genau da haben wir jetzt gleich fertig haben wir gleich fertig so dann da da braucht man auch heute schaden sieht man jetzt erstmal beim battle wie stark das eigentlich legge ist und ich weiß nicht mehr warum genau ich sehe da unten ein kleidlaufer das ist ja krass so next round können wir da schon mal sagen jo mach da dann können wir da auch noch sagen mach den mach den dann stellen wir schon die zweite her da fehlen noch 19 getriebe da fehlen noch 19 da fehlen noch alles andere was möchtest mehr jetzt überlegen wir da rum getriebe nein ich weiß wieder für was wir getriebe gebraucht haben wir brauchen wir da getriebe dass wir ein ding herstellen können äh altmetall so war das so dann können wir da freigeben den machen wir den fertig da was zeig ich oh hallo bildschirm danke dass du mal wieder kabel diskonnect hast oder wachenkontakt 25 25 nur 15 schau dir die so so das ist immer noch krass die können alle da hin alle die können alle da rauf fahren ein zeichnet habe ich das gell da habe ich noch nicht ein zeichnet da habe ich alles ein zeichnet genau kann man sich noch das außere da weg da perfekt so wie weit haben wir da jetzt mal ich bin noch so fei 33 34 6 noch komm schon 6 noch kann schon fast so ein Casino-Motarbeiter sein 3 ah 2 das Problem wenn ich da jetzt 1 wenn ich es brauche dann ist das wieder schneller fertig als wie das andere ich habe es einfach schleppen manchmal so fei sobald einer nach links geht weiß ich dass das fertig ist wie können wir das machen das können wir auch vertragen lassen sehr auch die eine hoch das die 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 Oh, schau her, es wird. Fünf inno, insgesamt. Fünf Batterien no. Dann haben wir's. Dann haben wir's. Dann haben wir unsere Batterie fertig. Den müssen wir dann bloß noch runterbauen. Jetzt braucht man bloß noch ein Getriebe. Bloß noch ein Getriebe jeweils. Oh, es ist einfach so schön. Schaut euch die so. Und wir haben da 33, 35. Eins noch, schaut euch die so. Er baut's, viert die. Die letzte Rechte wird angezeichnet. Bam. Es wird. Es wird, es wird. Dann könnten wir das wirklich heute noch richtig schön schaffen, oder? Dass wir unsere Batterie vervollständigen. Wir haben jetzt einfach verlegt, wie viel Strom das ist. Und das ist ja nur Puffer, falls der Wind aus ist. Wind, wenn du jetzt sagst Wind. Wie viel Wind haben wir jetzt? Was hat das? Also bei 61%. Bei 61%. Bei 62% haben wir. 22,5. 20,500 Energie. Das ist aber. Brutal einfach. Plonken, ey. Aber wenn wir jetzt mal wieder 200 Plonken haben. Es laufen alle 6 Getriebewerkstätten. Es ist schon fast so, dass wir noch mehr brauchen. Kommt schon. Locker. Locker. 18. Es wird langsam. Das aller Schöne ist, wir müssen einfach auf gar nichts schauen. Es ist völlig egal, was wir nebenbei machen. Weil es alles einfach so läuft. 4.000 Gebäckstücke, 3.000 Brot, 1.500 Teichrosen, 6.000 Kastanien, 1.600 Kartoffeln, 3.000 Karotten, 1.600 Cracker und 360 Sonnenblumenkerne. So. Ist ein einzelner Fertigwagen, oder? Ist ja schön. Es kommt schon die letzte, die vorvorletzte ist angerissen worden. Die vorvorletzte ist angerissen. Neue Getriebe nur. Insgesamt nur 80 Getriebe. Nein, äh, 120. Entschuldigung. 120 Getriebe brauchen wir noch. 120 Getriebe. Plus dann das OB bauen, aber... Die kriegen wir leicht zusammen wahrscheinlich. See. Jetzt nochmal, once to a minute. So. Fertig die Gauri. Die ist. Alle Blanken da. Wie schaut's im Kastanienbezirk aus? Energieleitung ist Klegleit. Bis da her. 230 K. Schau mir vor, wie kann man das einfach verbinden? Dann hätten wir da schon zum Beispiel... Den... Den Strom für alles. Und da muss ich mal sagen, wir haben ja noch nicht mehr alle Gewinndrad gebaut. Die, die wir bauen mehr haben. Wir möchten das ganze Eck da unten, da wo jetzt der Bausteinbezirk ist. Da kommt ja Energie runter. Da kommt Energie, dass wir alles bewirtschaften können. Jetzt müssen wir so extrem bauen, dass wir da keine Probleme mehr haben. Wie schaut's da aus? Triebefeind da. Hm? Jetzt können wir das eigentlich auch schon mal da, weil... Es wird nicht, äh... Ding werden. Ob jetzt die linke oder rechte fertig wird, ist mir egal. Hauptsache, es wird nicht diese mittlere fertig. Aber da habe ich mitgedacht. Und sehe auch bei Timberbahn. Bei Timberbahn. Haben sie mitgedenkt. Weil sie es unterschiedlich gemacht haben. Na, schau. Jetzt geht's rund die letzten zwei. Das ist krass für mich. Das ist so krass. Wie lange das jetzt dauert, oder? So. Getriebe werden schon geliefert. Oh, ey. Oh, ey. Das einzige Schlimme ist jetzt, dass man dann jedes Teil einzeln bauen muss. Deswegen sage ich euch jetzt... Ich mache jetzt ganz kurz nebenbei. Das ist da runter. Und wenn das letzte angerissen wird, oder wenn ich das letzte setzen muss, dann hole ich euch schnell wieder dazu, dass wir das noch sehen, wie unser Zeug da eins abperformt. Ohne Probleme. Also. Bis gleich. So. Wir sind beim vorletzten Okima. Das letzte ist jetzt halt zum Placen. Bam. Das letzte her. Für euch war es eine Millisekunde. Für mich war es in realtime fast 20 Minuten. Hätte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass es so lange dauert. Aber... Was will man nicht... Was macht man da jetzt für eine riesen Batterie? Und ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich... Ist nur so schaffen. Das ist crazy. So. Und die ist soweit. Fertig. Und jetzt brauchen wir da noch... Hm. Ja. Machen wir so. Das andere macht keinen Sinn. Machen wir so. Hier unten ist verbunden. Jetzt müssen wir nur die zwei Teile herbauen. Und der ganze Spaß geht los. Unsere Energie. Genau. Genau so weiß man denkt. Wir haben jetzt keinen Wind. Das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel gerade. Aber wie man sieht... Es ist so... Langsam fast schon eine Raison. Kann auch sein, dass unten einfach... Batterie schon leer ist. Ich habe jetzt gesehen nicht geschaut. Oh, wie viel ist jetzt da? Wie viel ist nicht da? Ich habe nebenbei ein bisschen Dynamit geplaced. Bisschen da gemacht, da gemacht. Schaut's doch mal der Batterie aus. Da schau die ist fast voll. Ist schon mal gut. Da haben wir jetzt dabei... Da haben wir dabei... Und jetzt kommt nämlich der Moment... Jetzt kommt der Moment für uns, Wo unsere ganzen Farmen und so... Oder unsere Farmen... Kann ich gar nicht sagen... Unsere... Werkstätten... Wieder Sachen machen können. Ohne dass sie eingeschränkt sind. So... Die können jetzt nicht wirklich Papier machen. Die können dies machen. Die können dies machen. Die sollen... Getriebe machen. Die sollen Blanken machen. Die lassen jetzt einfach mal laufen. Ich habe jetzt wieder ausgeschalten können. Nicht das zu viel ist. Denn wir haben jetzt ein... Blanken 700... Getriebe haben wir bloß 140. Aber... Wie gesagt... So... Dann... Der nächste Clou... Was wir machen... Hm... Das stimmt... Wir haben ja jetzt ein Ding weggebaut da... Und haben wir das jetzt ja da wegbaut... Das heißt... Wir müssen da wieder mal her bauen... An einem Bezirk... War vielleicht gar nicht so blöd gerade... Wege... Bezirk... Da kommen wir noch auf... Genau... Äh... Ah... Okay... Da haben wir die Treppe wegbaut... Dann machen wir da mal... Punkt 1... Machen wir da mal den... Da haben wir hier Treppenbaut... Extra für sowas... So... Dann kommen wir schon mal bis da her... Dann müssen wir da natürlich verbinden... Mehr oder weniger verbinden... Äh... Dann nehmen wir da... Zumachen... Machen wir da den... Und dann nehmen wir da... So... Machen wir so wie in der Baustelle da drüben... Einfach ein, zwei... Abgabestellen machen... Baustelle... Damm... Perfekt... Gehen wir da her... Router hinzufügen... Braucht jetzt das Kastanien... Perfekt... So... Was brauchen wir für das? Da brauchen wir... Drüüüüüüüüüüüüüüüüüüü... Diese komischen Planken! Aus dem Ornse... D Ette mal... Von da her... Planken... Getriebe... Dem... Ah... Hat der mir das so komisch gesagt? eigentlich ist es braucht man noch getriebe wir brauchen was braucht man dafür noch, was kriegt man noch, ah Metall braucht man dafür Metall haben wir da bloß 100, da war es intelligenter das direkt vor herunten zum liefern, weil die haben da einfach 300 davor Metalllöcke ach, deswegen wäre doch kein Wegesetzer hey doch also 3, 4 das ist das selbe Problem da jetzt wenn mal kein Leid drüber jetzt überlege ich, da brauchen sie noch Wohre brauchen sie noch bissl Wohre äh Wasser jawohl und dann den wir vom 1 sind und die da mit um die schicken weil 4, 5, 6 ich glaube 6 ist das jetzt weil ich würde ja gerne das freispringen perfekt dann haben wir alles was das Herz begehrt das ist du jetzt mir weg das brauchen wir jetzt nicht unbedingt was wir brauchen ist da herunten ähm wenn das ich will brauchen wir das da jetzt noch gar nicht weil eigentlich glaub mir ganz anders wurscht machen wir da mal den und den wir das alles mal da weg das lässt man einfach ich habe jetzt nicht so das Problem damit mhm ich könnte gleich da mithelfen mit so einer Schaftel sappen gut dann würde ich einmal sagen nächste Folge werden wir das da machen dass wir da so eine Batterie äh so eine Batterie haben äh so ein Ding da ich will einfach voll hören ich will einfach voll hören ähm Apropos Rumpen Lauf durchs Gehirn Lauf durchs Lauf Nix Schöpfen Schöpfen mit 6 von Norden los aber losselector Missing uns morgen bei der nächsten Folge für Timber bohren also HW Diori